Im Winter kann die Erdung manchmal ganz schön schwierig sein, gerade wenn wir nicht in der Natur sind. Aber jetzt ist der Frühling wieder da und deswegen geht es jetzt wieder ab, draußen in die Natur. Und in dieser Podcast-Folge habe ich für dich Übungen vorbereitet, wie du dich draußen erden kannst, wie du Atemübungen machen kannst in der Natur und wie du die Frühjahrsmüdigkeit auf eine ganz einfache Art überwinden kannst. Im Podcast erzähle ich alles darüber. Ja, bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen zu der 291. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ja, ich bin Marisa, ich bin spirituelle Lehrerin, ich bin Autorin und ich bin Medium der neuen Zeit. Und wir wollen uns jetzt angucken, was du denn machen kannst, um dich gut zu erden und gut in die Atmung zu kommen. Und es hängt so ein bisschen damit zusammen, dass wir ja jetzt im Frühling wieder sind. Wir hatten gestern die Tag- und Nachtgleiche und heute auch. Also die Tag- und Nachtgleiche ist immer so um den 21. oder so um heute herum. Dieses Jahr war es eben gestern Morgen früh. Und ja, das ist für mich so die Zeit, wo ich das Gefühl habe, wir kommen wie die Bären aus den Höhlen. Die Natur streckt sich wieder und ist wieder da. Und ja, wir auch. Wir strecken uns ja auch wieder der Sonne entgegen und freuen uns über jeden Sonnenstrahl, der uns erwischt. Und sind so wieder langsam da in unserer Kraft, in unseren Gefühlen drin. Und ich erlebe das ganz oft bei meinen Hörern oder auch bei meinen Studenten, dass sie so im Winter ein bisschen Schwierigkeiten haben, in die Verbindung mit der Natur zu kommen. Weil wir ziehen uns eher zurück. Es ist kalt, wir sind eher drin, wir müssen uns dick einkuscheln. Und ich will heute in der Podcast-Folge mit dir einfach Übungen angucken, was du tun kannst, um im Frühling wieder in diese gute Erdung, in diese gute Verbindung mit der Natur zu kommen. Und eine Übung, die ich mit dir teilen will, ist eine der erdensten Übungen, die du machen kannst. Das ist auch gleich die erste, die wir uns angucken. Und da geht es darum, barfuß zu gehen. Und das ist so lustig, weil barfuß gehen ist natürlich sehr, sehr erdend. Und natürlich ist es super hilfreich, wenn wir barfuß über Natur gehen. Ich meine damit jetzt nicht, dass du über Stein und Teer und Asphalt barfuß gehst, sondern tatsächlich im Wald die Schuhe ausziehst, auf dem Rasen die Schuhe ausziehst, vielleicht im Sand gehen kannst, über Gras gehen kannst, über Erde gehen kannst, über Waldboden gehen kannst. Also es geht wirklich darum, dass du barfuß draußen herumläufst. Und das ist ganz interessant, weil im Wald zum Beispiel der Boden oft viel, viel weicher ist, als man sich das vorstellt. Also im Frühling barfuß durch den Wald gehen ist ein sehr weiches Erlebnis. Und es ist nicht hart und das sind auch nicht tausend Steine, die dich dann in die Füße stechen, sondern es kann sehr, sehr sanft sein. Dieses barfuß gehen ist extrem hilfreich für die Erdung. Also es hilft dir wirklich darum, dich zu erden, dich mit der Erde zu verbinden, weil du nicht nur ohne Schuhe draußen bist, sondern du bist auch, du fühlst den Erdboden, du fühlst die Energie und den Herzschlag der Erde. Du fühlst das, was die Erde dir gerade gibt und was sie von dir auch wünscht. Es ist ein echter und wahrer Austausch. Und deswegen würde ich vorschlagen, so viel wie möglich barfuß zu gehen und wirklich auch ganz bewusst mit der Natur in die Verbindung gehen barfuß. Und ich weiß, es liegt nicht allen Menschen. Manche haben das Gefühl, nein, ich brauche unbedingt Schuhsohlen zwischen mir und dem Boden. Ich würde dich einfach einladen, es trotzdem zu probieren und mal zu gucken, was passiert. Und bei diesem barfuß gehen, da ist eben noch was anderes drin, was ich mit dir teilen will. Und das ist so lustig, weil ich habe vorhin ein bisschen danach gegoogelt, ob ich das irgendwie wissenschaftlich begründen kann oder nicht. Aber die Geschichte ist folgendem. Vor einigen Jahren, das ist bestimmt sieben, acht Jahre her, hat mein Vater mir im Frühling irgendwann gesagt, wusstest du, dass wenn man im Frühling so früh wie möglich die Socken auszieht und ohne Socken ist, dass man weniger unter Frühjahrsmüdigkeit leidet. Und ich dachte so, okay, also ich verstehe das mit der Haut, dass so viel Haut wie möglich der Sonne ausgeliefert wird, weil das einfach hilft, Vitamin D aufzunehmen. Und wir das eben über die Haut besser machen. Also quasi, wenn du wirklich nackte Haut in die Sonne streckst, dann kann das aufgenommen werden. Und was ich auch weiß, das ist das Zweite, ist, dass wenn du eine Sonnenbrille trägst, dass es viel schwieriger ist, Vitamin D aufzunehmen. Deswegen ist es auch hilfreich, wirklich Zeiten zu haben ohne Sonnenbrille, wenn es sich nicht zu sehr blendet. Und dass die Sonne wirklich gut aufgenommen werden kann. Und ich habe mir das damals einfach irgendwie so ein bisschen mit dem quasi klar gemacht oder gesagt, naja, wahrscheinlich hängt es damit zusammen. Ich konnte das aber nicht wirklich wissenschaftlich begründen. Ich glaube, mein Papa hat das damals einfach irgendwie im Radio gehört, in der Zeitung gelesen, was auch immer. Und ich habe heute versucht, darauf zurückzukommen, ob das wirklich stimmt oder nicht. Aber was ich mache seit damals, seit Jahren, ich ziehe so früh wie möglich meine Socken aus und ich bin so früh wie möglich ohne Socken. Ich bin hochsensibel. Naja, du wahrscheinlich auch. Ich mag Socken sowieso nicht. Also für mich ist es im Winter nicht eine Freude, dass ich Socken tragen kann. Deswegen freue ich mich immer darüber, wenn ich die endlich ausziehen kann. Aber es hat tatsächlich wirklich im Frühling auch etwas damit zu tun, dass ich einfach weniger unter Frühjahrsmüdigkeit leide, wenn ich die nicht angezogen habe. Ich bin leider nicht sicher, ob es einfach ein Konzept von mir ist, so eine Einbildung, die wunderbar funktioniert und deswegen will ich sie dir mit auf den Weg geben. Oder ob das etwas ist, was tatsächlich irgendwo wissenschaftlich begründet ist oder nicht. Also ich kann es dir leider nicht erzählen, genauer, was dahinter steckt oder was nicht. Aber ich will es trotzdem mit dir teilen, weil das für mich wirklich ein Durchbruch war mit dieser Frühjahrsmüdigkeit, dass ich einfach aufgehört habe, so müde zu sein im Frühling. Und die zweite Übung, die ich für dich vorbereitet habe oder die ich dir ans Herz legen möchte, ist eine Baummeditation. Ich liebe Bäume. Ich liebe es, Bäume zu umarmen. Ich bin schon seit vielen Jahren jemand, der Bäume umarmt und mich auch sehr, sehr gerne an die Bäume anlehnt. Also ich bin jemand, der sehr, sehr bewusst mich an den Baum anlehnt, einfach mal so die Energie wahrnimmt. Und ich möchte jetzt im Frühling einfach nochmal wirklich mit dir teilen, lehne dich an einen Baum oder setze dich an einen Baum. Ich finde, für eine Meditation ist es doch viel, viel schöner, wenn du wirklich einfach dich an den Baum setzt und wirklich so diese Energie des Baumes auch wahrnimmst. Ich persönlich würde dazu jetzt nicht einfach irgendeinen Baum nehmen, irgendwo im Wald, der da gerade dir im Weg steht, sondern gehe wirklich mit offenen Augen durch den Wald und mit offenem Herz. Weil wenn du dich mit den Bäumen verbindest, wenn du so dein Herz öffnest, dann wirst du auch merken, welcher Baum für dich einladend ist und welcher sich darüber freut, dass du mit ihm in Verbindung gehen könntest oder möchtest und welcher Baum vielleicht noch gar nicht so offen ist. Gerade im Frühling ist es eben so, dass die Bäume, die ziehen sich sehr in die Erde zurück im Winter. Und das heißt auch, die Devas der Bäume, die Baumgeister, die sind sehr, sehr in der Erde noch drin und kommen im Frühling so langsam hoch. Und ich möchte gerne, dass du, wenn du in den Wald gehst, dir wirklich rein spürst und überlegst, welcher von diesen Bäumen, der da da ist, ist schon wieder wirklich wach. Welcher Baum freut sich über mich als Besuch und freut sich darüber, dass ich mich so zu seiner, zu seinen Füßen setze quasi. Und welcher ist noch gar nicht wirklich da und ist noch gar nicht wirklich wach eigentlich. Es ist so ein bisschen ein Gefühl, wie wenn du morgens aufwachst und dann gibt es einfach Menschen, die sind fit und schon da und mit denen kannst du schon über ganz schwierige Dinge reden. Und andere, die müssen erst mal noch ankommen, sind noch überhaupt nicht da und müssen erst mal irgendwie noch so ein bisschen sich organisieren und sich überhaupt finden können. Und es geht so ein bisschen darum, dass du wirklich für dich überlegst, warte mal kurz, ist der Baum schon da oder findet er sich gerade noch ein bisschen? Und wenn du dann einen Baum gefunden hast, der dich einlädt, dann nimm dir wirklich die Zeit. Also nimm dir die Zeit, dich mit dem Baum zu verbinden. Das ist für mich oft am Anfang einfach meine Hände auf den Baum legen und wirklich auch so mal mich vorstellen, sagen, hey, ich bin die und die. Ich habe mega Lust, mit dir zu meditieren. Ist es in Ordnung? Hast du auch Lust darauf, dass ich mit dir meditiere? Also wirklich in einen ernsthaften Austausch mit dem Baum gehen und nicht einfach nur dich hinsetzen und anfangen zu meditieren. Ich finde immer, ein Baum ist ein lebendiges Wesen und Bäume haben eine sehr, sehr starke, sehr, sehr große Aura. Und da ist es auch einfach respektvoll, wenn du fragst, ist es okay, wenn ich komme und mich mit dir verbinde oder hast du keine Lust darauf und das kann ich auch respektieren und annehmen. Und wenn du dieses Ja von diesem Baum fühlen kannst, dann darfst du dich da hinsetzen. Jetzt, wenn du sagst, ich bin total unsicher und weiß nicht, ob ich ein Ja fühle, dann würde ich dir vorschlagen, dreh dich zu einem anderen Baum und fühle bei dem anderen Baum hin und dann fühle die Unterschiede. Einer der Bäume wird mehr Ja sagen als der andere und dich mehr einladen und dann merkst du, ach da kann ich hingehen. Also geh, sei offen, fühle die Unterschiede, erkenne, was da da ist. Und dann setz dich zu den Füßen des Baumes und fang an zu meditieren. Also geh einfach wirklich in deine Meditation rein, gucke mal, was mit dir passiert, wenn du einfach nur die Energie laufen lässt und deine Energie mit der Energie des Baumes verbindest. Und da ist es wirklich so, dass ich dir eine stille Meditation empfehle, also nicht, dass du irgendwie eine geführte Meditation hast. Ich würde auch vorschlagen, dass du das ohne Musik machst, sondern dich einfach nur hinsetzt, weil wenn du dich an den Baum lehnst und gerade so deinen Rücken an den Baum lehnst, dann ist es auch sehr, sehr gut möglich, dass du wirklich die Energien und die Flüssigkeiten im Baum anfängst wahrzunehmen. Der Baum zieht ja Wasser aus der Erde und schickt es dann hoch in die Blätter, in die Äste, in die Größeren und in die Kleineren. Und das kann man hören, wenn man da hinhört und man kann es vor allem sehr, sehr gut fühlen. Also wenn du dich mit dem Rücken an den Baum lehnst, kannst du fühlen, wie diese Energien fließen, wie die im Fluss sind. Das kannst du aber nicht, wenn du abgelenkt bist und noch irgendwie eine geführte Meditation hast oder Musik hast oder so, sondern da geht es wirklich darum, in die Ruhe zu kommen. Und wenn du mir so zuhörst, dann würde ich auch nicht empfehlen, dass du jetzt irgendwo im Stadtpark dich an den Baum lehnst, sondern dass du wirklich irgendwo in die Natur gehst, wo es auch ein bisschen ruhiger ist, also wo du auch diese Ruhe hast und dich wirklich auf den Baum auch einlassen kannst. Ich finde Baummeditation super erdend. Für mich ist es etwas vom Erdendsten, was du machen kannst, wirklich so dir vorzustellen, dass du dich mit dem Baum verbindest und wirklich diese Wurzeln in die Erde wachsen lässt und in einen klaren, aufrechten Stand kommst mit dir selbst, der dann wieder hilft, dass du in eine Harmonie kommst. Und die dritte Übung, die ich mit dir teilen will, das ist noch eine Übung, wo es einfach darum geht, wirklich zu atmen. Auch dafür würde ich dich gerne in den Wald schicken, aber wenn du jetzt irgendwo am Meer wohnst oder an einem Fluss wohnst oder an einem See wohnst, wo du gerne hingehst oder wenn du super gerne in die Berge gehst und irgendwo hoch gehst, dann mach das da, wo die Natur für dich einladend ist. Also gehe irgendwo hin in die Natur, wo du dich komplett wohlfühlst, wo du sagst, hey, das ist so meine Natur, wo mein Herz zu singen beginnt, wo meine Seele zu Hause ist. Das ist so meine Art der Natur, wo ich mich wirklich wohlfühle. Gehe da hin und suche dir wirklich einen Ort, der ruhig und abgeschieden ist. Und dann setze dich bequem hin oder auch, du kannst diese Meditation tatsächlich auch stehend machen, wenn du findest, es ist noch ein bisschen nass, ich will mich da nicht hinsetzen. Was ich aber auch total schön finde, ist, wenn du dich einfach hinlegst. Also du kannst die natürlich auch legenderweise machen. Und dann empfehle ich immer einfach, mach so, wie es für dich stimmig ist. Manchmal sagst du, hey, ich will mich zwar unbedingt hinlegen, aber ich brauche irgendwas gegen die Feuchtigkeit. Dann nimm so eine Picknickdecke und leg dich auf die Picknickdecke. Auch da bist du gut verbunden mit der Erde. Also das ist ja nicht so, dass dann die Erde nicht mehr da ist. Aber eben, setze dich hin, lege dich hin, stelle dich hin, so wie es wohl ist und dann schließe die Augen. Und auch da achte darauf, dass du nicht gestört wirst, dass du dich nicht komisch fühlst, wenn du mit geschlossenen Augen da irgendwo liegst oder sitzt, sondern dass du dich wirklich entspannen kannst. Und dann gehst du als nächstes mit deinem Fokus wirklich zu deinem Atem. Lasse den Atem ganz einfach ein- und ausfließen, ohne Druck, ohne etwas erreichen zu wollen, ohne richtig zu atmen. Und du atmest einfach. Es geht nicht darum, richtig zu atmen, sondern darum, dass dein Atem quasi einfach fließen darf. Und das machst du ein paar Minuten. Also du lässt den Atem ein paar Minuten einfach so fließen, wie er fließen möchte. Und wenn du merkst, jetzt ist der Atem wirklich so im Fluss, jetzt fließt der Atem so, wie er möchte, dann fange an, dich auf die Geräusche zu achten, die du hörst in deinem Umfeld. Du wirst wahrscheinlich Wind hören, vielleicht rascheln von Bäumen, vielleicht kannst du Vögel singen hören, vielleicht hörst du eben ein Gewässer und plätschern von einem Fluss oder Bach oder Meereswellen, die ans Ufer schlagen. Vielleicht hörst du Tiere. Das kann sein, dass du Tiere hörst. Es kann sein, dass du den Wind im Laut hörst. Der kann leise sein oder laut sein. Aber höre wirklich einfach so diese natürlichen Geräusche, die du hören kannst. Und du wirst merken, wenn du hier wirklich die Zeit nimmst und dich wirklich darauf einlässt, wirst du merken, diese Geräusche haben wie eine Art Rhythmus. Es ist wie eine Art Rhythmus, den sie mit sich bringen. Eine Art Einatmen und Ausatmen. Und achte nun darauf, dass du anfängst, mit diesem Rhythmus zu atmen. Wann fühlt sich das an nach Einatmen? Wann fühlt sich das an nach Ausatmen? Wann ist der Vogel einen Moment ruhig? Und was ist das? Ist es jetzt Einatmen oder Ausatmen? Also gehe wirklich mit der Natur mit, mit den Gefühlen der Natur, mit den Rhythmen der Natur, mit dem Ein- und Ausatmen der Natur, dem Hin und Her, dem Sanften der Natur. Nimm das einfach wahr, fühle es ganz einfach und achte darauf, dass du deinen Atmen in einen Gleichklang damit bringst, dass dein Atmen den gleichen Rhythmus annimmst. Und dann wirst du merken, dass du unheimlich geerdet bist und mega verbunden mit der Natur. Es ist ein Gefühl von wie wenn du absolut eins wirst mit der Natur, wie wenn dein ganzer Stress geht einfach runter, deine ganzen Stresshormone reduzieren sich in deinem Körper und du wirst merken, so aha, der Wind ist in dem Rhythmus, ich atme in dem Rhythmus und natürlich kann das sein, dass dein Atmen grundsätzlich schneller ist, aber im gleichen Rhythmus oder die Vögel singen in den Rhythmen und ich achte darauf, dass ich im gleichen Rhythmus atme. Also wirklich dich absolut und bedingungslos auf die Natur einlassen und in diesem Rhythmus, in diesem Fluss, in diesem Hin und Her, in diesem Ein- und Ausatmen zu atmen. Genieße das, was passiert, diese Verbindung mit der Erde, diese absolute Ruhe, die da kommt, dieser Stress, der komplett reduziert wird und merke so, wie du wirklich in eine Öffnung kommst, du kommst in eine Herzöffnung, du kommst in eine Öffnung des ganzen Brustkorbes und du wirst merken, dass deine Entspannung einfach sehr, sehr stark wird. Ich würde vorschlagen, dass du die drei Übungen einfach mal mitnimmst und dass du jetzt die nächsten Tage Zeit nimmst, das zu machen. Ich weiß, wir gehen auf Oster zu, ich weiß, es sind intensive Tage, die wir ja jetzt gerade vor uns haben, aber versuche, das trotzdem mitzunehmen, versuche dir wirklich Auszeiten zu nehmen und wenn es nur darum geht, dass du in deinen Garten liegst und in deinem Garten einfach mal kurz in eine Atemübung gehst, aber versuche wirklich, diese Übungen mitzunehmen und zu machen und du wirst merken, erstens, du hast weniger Stress mit der Frühjahrsmüdigkeit und der Zeitumstellung, die jetzt auch kommt, zweitens, du hast sowieso reduzierte Stresslevel, weil du dich mit der Natur verbindest und das ist super wichtig für Lichtarbeiter und drittens, du wirst merken, dass du einfach mehr in eine Harmonie mit dir selbst kommst. Ich freue mich mega darauf, von dir in den Kommentaren zu lesen, wie es läuft, wie du das machst und vielleicht, wenn du auch noch Tipps hast, wie du das noch machst, vielleicht hast du weitere Ideen, vielleicht hast du weitere Vorschläge, was du machen kannst, dann teile das unbedingt in den Kommentaren mit uns. Es ist ja eine Gemeinschaft, wir sind ja eine Community, es ist ja nicht einfach ich die Füttere, sondern ihr dürft ganz gerne auch kommentieren und du darfst dein Wissen mit uns teilen, das ist super, super wertvoll und in dem Sinne verabschiede ich mich für heute mit dem Seelenschimmer Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!